Zutrauen tue ihm alles. Wir müssen ihn nur oft genug in Position bringen. Wenn er in der Nähe des Strafraums und innerhalb zum Abschluss kommt, dann ist die Gefahr schon hoch, dass er auch mal drin ist. Auch wenn er nach hinten arbeitet, wie er die Bälle festmacht. Das ist gerade bei so einer Mannschaft wie gegen Gala wichtig, wenn er die Bälle festmacht. Dieses 1 gegen 1 auf dem ganzen Platz ist natürlich nicht so einfach. Dann muss man auch die Bälle mal nach vorne chippen können. Er kann seinen Körper gut einsetzen. Und in der Box ist er natürlich fantastisch. Mit rechts, mit links, mit dem Kopf. Das haben wir jetzt in letzter Zeit schon gesehen. Und ihn kann man immer finden und auch anspielen. Und er ist selbstverständlich. Es dauerte ein bisschen Zeit. Aber wenn man immer auf die Tür knacken hat, dann hatten sie ein paar Chancen. Aber wir spielen eine wirklich gute Team. Also, insofern zu haben, vier Wünsche von vier und zu der Top-Gruppe zu haben, ist ein sehr guter Kredit der Bälle.